Es war in der winterlichen Steppe südlich des Donnen am 21. Januar 1943, als sich die Geschichte mit den 17 Broten zutrug. Weshalb ich mich des Datums noch so genau entsinne? Man wird es sogleich erfahren. Die 6. Hitlerarmee war nach Ablehnung des Kapitulationsangebotes auf einen noch engeren Raum zurückgeworfen worden, von Marinovka bis Dimitrievka zog sich der eiserne Ring der sowjetischen Truppen um die zerschlagene 6. Armee. Dennoch hatten sich in der riesigen Weite der Wintersteppe kleine Splitter deutscher Einheiten nachts der Umklammerung entziehen und nach Westen abirren können. So stießen wir eines Morgens im Frühnebel auf die Offiziersgruppe und Ordunanzen eines Regimentsstabes mit ihrem Oberst E. Der Oberst war nicht wenig erstaunt, als er vor sowjetischen Truppen stand. Er gab sich mit seinen Leuten sofort gefangen. Er ließ uns dabei wissen, dass er, als zum Führerstab gehörig, auf eine besondere Behandlung rechne. Da diese Eröffnung nicht die gewünschte Wirkung hatte, wurde er schweigsamer. Aus seinen Papieren ging hervor, dass er aus Dresden stammte. Nun war ich von 1912 bis 1914 als Assistenzarzt in Dresden tätig gewesen und fragte auf gut Glück, wie es in seinem Verwandten E.G., dessen historisches Drama damals auf der königlichen Bühne gespielt wurde. Der Oberst starrte mich wie eine Geistererscheinung an. Denn erstens handelte es sich tatsächlich um seinen Vetter. Und dann, wie kam ein fremder Mensch in einem russischen Schafspelz in der winterlichen Donnensteppe dazu, seinen Vetter zu kennen? Ich erklärte dem Herrn Oberst, das sei im Augenblick unwesentlich. Im weiteren Gespräch stellte sich dann heraus, dass der Oberst ein passionierter Rosenzüchter war und den einen persönlichen Wunsch äußerte, in einem wärmeren Klima, wenn möglich in Taschkent, sich der Rosenzucht widmen zu können. So wäre uns allen geholfen, erklärte er weise. Das war am 20. Januar. Anders verhielten sich jene 40 deutschen Lanzer, die wir am nächsten Morgen trafen. Sie äußerten nicht den Wunsch, als Rosenzüchter nach Taschkent gebracht zu werden. Sie äußerten überhaupt keinen Wunsch. Sie lagen völlig apathisch und kraftlos in einem Hohlweg im Schnee. Ihre ausgemergelten Gesichter waren grau bis grau-schwarz. Offenbar hatten sie sich seit Tagen nicht gewaschen und auch nichts gegessen. Es waren versprengte verschiedener Truppenteile der deutschen 6. Armee, die, nach Westen fliehend, sich bis hierher geschleppt hatten. Ich sprach sie an. Die meisten waren viel zu erschöpft, um antworten zu können. Einem, der sich hochrappelte, gab ich heißen Tee und zwei Stück gerösteten Brotes. Ich werde nie vergessen, wie er keuchend aß und mich dann ansah. Es war mir klar, dass die meisten dieser 40 Mann kaum noch eine Winternacht in der Steppe überleben würden. Ich ging zu dem Divisionskommandeur, dessen Stab ich zugeteilt war, und schilderte ihm den Zustand jener zu Tode erschöpften deutschen Soldaten, die faktisch ja Kriegsgefangene waren. Der Kommandeur, ein noch junger Generalmajor, überlegte. Er kannte mich als deutschen Schriftsteller und jetzt als Arzt und Propagandisten. Er meinte, was kann ich tun? Meine Division befindet sich in Gefechtsbereitschaft und auf dem Marsch. Sie wissen, dass wir nur ganz wenige Gerätewagen haben und auch nur das Allernötigste mitnehmen. Wie soll ich also die 40 Mann aufladen? Ich erwiderte, wenn man ihnen etwas Warmes zu trinken und etwas zu essen gäbe, dann würden Einzelne wieder marschfähig zum nächsten Krankensammelpunkt, die anderen aber könnten aushalten, bis Transportmittel kämen. Der Kommandeur schlug mir nun vor, ich solle mit seinem zweiten Adjutanten zum nächsten Regimentsstab fahren und versuchen, was ich machen lasse. Der Regimentskommandeur war ein Oberstleutnant, ein Genosse aus dem Kusbas, dem sibirischen Kohlenbecken, ein ungewöhnlich kräftiger, breitschultriger Mann, ein echter sibirischer Bär. Er war zuerst gar nicht erbaut, da wir mitten in eine taktische Besprechung hineinschneiden. Der Adjutant des Divisionskommandeurs stellte mich vor und ich erbat in meinem durchaus nicht klassischen russisch Unterstützung für die marschunfähigen deutschen Kriegsgefangenen. Der Oberstleutnant mit seinen grauen, beobachtenden Augen hörte mir ruhig zu und schaute dann schweigend über die auf dem Tisch ausgebreitete Karte. Mir schien das Schweigen endlos. Dachte der Kommandeur an die verbrannte Erde rings um Stalingrad? War er vielleicht vorher in der Ukraine und im Donbass gewesen und hatte dort die bis auf den Grund eingeäscherten Dörfer und Städte gesehen? Auch ich blickte auf den Tisch. Ich sah dort einen mit vielen Bemerkungen versehenen Umlegkalender mit dem Datum 21. Januar. Lenins Todestag. Einen Augenblick dachte ich daran, an die internationale Solidarität im Geiste Lenins zu appellieren, aber das schien mir in dieser Situation und für die Hitler-Soldaten deplatziert. Jetzt meinte der Oberstleutnant zu mir, Sie wissen, Genosse, ich kann meinen Leuten, die ins Gefecht rücken, nicht sagen, sie sollen ihre eisernen Rationen anbrechen. Doch wenn meine Soldaten von sich aus den Deutschen etwas geben wollen... Er hielt inne und sah mich prüfend an. Ich kannte diese Art sowjetischer Offiziere, die mir gegenüber nicht gerne Anweisungen erteilten, sondern eher wissen wollten, wie ein deutscher Genosse sich in bestimmten Situationen verhielt. So fragte ich den Kommandeur, wenn Sie gestatten, spreche ich selbst mit Ihren Soldaten. Das meinte ich, erwiderte der Kommandeur lebhaft. Sie sprechen ja Russisch. Doch, doch, es wird schon gehen. Es sind ja Ihre Landsleute, für die Sie es tun. Sprechen Sie also mit der Einheit, die am nächsten bei den Gefangenen liegt. Sprechen Sie aus dem Herzen, mit voller Stimme. Versuchen Sie Ihr Glück. Ich gebe Ihnen einen meiner Offiziere mit. Einverstanden? Einverstanden. Vielen Dank, Genosse Oberstleutnant. Der Kommandeur beauftragte einen der Stabsoffiziere, einen hoch aufgeschossenen, dunkelhaarigen, jungen Oberleutnant mit munteren Augen. Toll, ja. Gehen Sie mit dem Genossen. Sie haben alles gehört. Sie handeln in meinem Auftrag. Ich nahm meine Pilzmütze und meine Handschuhe und bedankte mich nochmals. Der Kommandeur drückte meine Hand und meinte, es ist klar, seine Heimat vergisst man nicht so leicht. Übrigens, fügte er hinzu, heute ist der 21. Januar. Sie wissen doch, Lenin hielt nicht geringe Stücke auf Karl Liebknecht und die deutschen Arbeiter und schrieb eigentlich gerade für sie eine Schrift über die Kinderkrankheiten. Vielleicht sprechen Sie auch darüber. Hatte der Oberstleutnant meine Gedanken erraten? Bei krachendem Frost und blendender Sonne fuhr ich mit Toll, ja, dem Oberleutnant, in Richtung des Hohlweges, wo die deutschen Soldaten lagen. Schnell hatte ich mich mit Toll, ja, einem Odessa-Studenten für westliche Literatur, angefreundet. Toja besaß das Temperament eines echten Odessiten. Er sprühte nur so von Leben, von Witz und Laune. Abwechselnd fragte er mich über Deutschland, erzählte mir von seinem Studium und konnte sich nicht genug tun, das Loblied seiner Heimatstadt Odessa, der schönsten Stadt der Erde, zu singen. Ja, er sang es wirklich aus voller Kehle über die frostknirschende Steppe. Am schwarzen Meer ein Volk es gibt, von früh bis spät Gesang es liebt, ach Odessa, als Stadt zwar gebaut, doch bist du eine Braut, ach Odessa, du Braut am schwarzen Meer. Dieses bei unserer Division sehr bekannte Lied, aus jungem Herzen gesungen, von einem in seine Braut verliebten Menschen, flog jubelnd durch den Wintermorgen. Unser Fahrer nahm eine neue Strophe auf, während er den Wagen durch die Schneeverwehungen buxierte und jetzt fiel auch ein sowjetischer Truppenteil zwischen den Ruinen eines ehemaligen Kosakendorfes mit ein. Tolja ließ halten. Er führte mich zum Bataillonsstab. Der Bataillonschef, ein Kapitän, den Tolja kannte, wollte gerade zu einer Leninfeier gehen, an der die beiden im Dorf lagernden Kompanien teilnahmen. War das für meine Sache günstig oder ungünstig? Doch schon hatte Tolja den Kapitän informiert. Der bat mich, doch ein paar Worte bei der Feier zu sprechen. Ich erklärte ihm nochmals mein Anliegen und meinte, das gehöre wohl kaum in diese Gedenkfeier zu Lenins Tode, zudem sei mein Russisch miserabel. Er aber erwiderte, mein Russisch sei großartig. Ich solle nur aus dem Herzen sprechen. Das Thema passe sehr gut zu einer Leninfeier im Felde. Da half kein Sträuben. Vor dem verbrannten Dorf standen die beiden Kompanien in zwei Gliedern im offenen Halbkarreem, alle in ihren langen Schafpelzen, umgeschnallt mit aufgepflanztem Bayonett. Der Kapitän sprach über Lenin, über Lenins Strategie und Taktik während der Interventionskriege 1918 bis 1920, über Lenins Glauben an das russische Volk, über Lenins Patriotismus und über Lenins unerschütterliches Vertrauen zur internationalen Solidarität der Werktätigen. Und hier erklärte der Kapitän, dass Lenin im Dezember 1918 Züge mit Getreide und Mehl für die hungernden deutschen Arbeiter abgesandt habe, die dann an der Grenze von der sozialdemokratischen Ebert-Regierung angehalten und nicht weitergelassen worden seien. Ja, Lenin hütete das Prinzip der internationalen Solidarität wie seinen Augapfel. Ich muss gestehen, ich verspürte plötzlich Herzklopfen, als der sowjetische Kapitän dies sprach und mir den Weg ebnete. Eine Welle von Dankbarkeit, Scham und Hilflosigkeit schlug in mir hoch. Und wieder hörte ich das Genossenstimme, dass ein deutscher Arzt und Schriftsteller auf der Seite des gerechten Kampfes stände, er zog mich jetzt energisch an seine Seite und legte den Arm um meine Schulter und dass dieser deutsche Genosse den sowjetischen Kämpfern einige Worte zu sagen habe. Beifall der Sowjetsoldaten empfingen mich. Es ist mir unmöglich, genau zu wiederholen, was ich damals sagte oder stammelte. Eines jedoch weiß ich. Meine Worte kamen aus heißem, erregtem Herzen. Wahrscheinlich empfanden das auch die im Halbkarree stehenden Soldaten der Roten Armee. Ich berichtete Ihnen kurz, dass ich im Ersten Weltkrieg auch Soldat gewesen sei und am 8. November 1918 im Sächsischen Arbeiter- und Soldatenrat in Dresden für ein Freundschaftsbündnis mit der jungen Sowjetmacht gestimmt habe, wie es mir schweren Schmerz bereite, dass deutsche Arbeiter ihre Hand gegen den Ersten Arbeiter- und Bauernstaat erhoben hätten, dass aber gerade Lenin neben der Waffe auf das Buch, auf das Lernen und die Geduld hingewiesen habe, den anderen zu überzeugen. Deshalb sei ich auch hier an der Front, meine Landsleute zu überzeugen, Schluss zu machen mit diesem verbrecherischen Hitlerkrieg. Das brauche Zeit und Geduld. Nun sage ein russisches Sprichwort, ein Glück, dass es mir gerade hier einfiel, einen am Boden liegenden Tretemann nicht. Dort, 500 Meter entfernt in einem Hohlweg, lägen aber 40 zu Tode erschöpfte deutsche Soldaten, Kriegsgefangenen, die meisten gewiss Arbeiter- und Arbeitersöhne. Ich fragte die Soldaten der Roten Armee, ob sie diesen am Boden liegenden helfen könnten und wollten. Der Kapitän unterstützte meine Frage. Er ließ die Kompanien rühren und sich beraten, während wir zur Seite gingen. Nach kaum zehn Minuten traten die beiden Kompanieführer vor und meldeten, dass die Mannschaften aus ihren Beständen den deutschen Kriegsgefangenen 17 Brote zur Verfügung stellten. Was ist noch viel zu erzählen? Es war schwer, den völlig erschöpften deutschen Soldaten, die halbtot in dem Hohlweg lagen, diese Form der proletarischen Solidarität mitten im furchtbarsten aller bisherigen Kriege klarzumachen. Darauf kam es auch vorerst nicht an. Ein Kommando des sowjetischen Bataillons brachte ihnen heißen Tee mit Wodka und die 17 Brote. Die deutschen Soldaten begannen zu trinken und zu essen, anfangs langsam, reflektorisch, in einer Art Dämmerzustand. Wie aber das heiße Getränk ihre erstarrten Körper durchran, wie sie die Bissen Brot im Munde spürten und das Leben wieder in ihnen erwachte, da aßen sie, als hinge ihr Leben davon ab. Der Kapitän, der wieder zum Bataillon musste, versprach mir, einen Melder zum nächsten Krankensammelpunkt zu senden, die Kriegsgefangenen vor Einbruch der Nacht abzuholen. Bevor er wegging, versuchte ich doch noch den deutschen Soldaten kurz zu erklären, wem sie die 17 Brote und vielleicht auch ihr Leben verdankten und wie die Soldaten der Roten Armee auf ihre Art Lenins Todestag feierten. Ich weiß jedoch nicht, ob meine Landsleute in der Donnensteppe es verstanden und behalten haben. Erzähl der Léstor